So, wunderschönen guten Abend meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier bei JB Trading, deinem YouTube-Kanal von Trader, für Trader, wenn es um Krypto-Trading geht. Wir schauen uns gleich gemeinsam an, was macht Bitcoin, was macht Ethereum und heute gehe ich noch einmal auf das Copy-Trading ein. Ich will eine Kopfsache, eine Mindset-Sache noch einmal erklären, warum ich das Ganze überhaupt mache, aber zuerst gehen wir natürlich auf Bitcoin. Übrigens danke für die ganzen Kommentare zu dem heute morgigen Video, wenn es richtig ist. Natürlich reagiere ich, wenn die Leute sagen, hey, das Layout war nicht so schön, dann gibt es natürlich auch das alte Layout wieder und natürlich auch ein bisschen nochmal verfeinert. Ich hoffe, es ist jetzt wieder alles in Ordnung. Also, gehen wir auf Bitcoin. Bitcoin tut sich nach wie vor hier schwer, hier drüber zu kommen. Dieses Thema haben wir schon x-mal hier auf diesem Kanal thematisiert. Es liegt halt über uns, liegen viele Order-Blöcke. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass wir hier eine sehr, sehr lange und korrektive Abwehrbewegung haben, beinhaltet halt nun mal viele, viele, viele Order-Blöcke. Ihr seht es ja hier selber. Also, man könnte hier eigentlich bei jedem 100-Dollar-Schritt, könnte man sich einen Order-Block einzeichnen. Ich habe halt hier die wichtigsten eingezeichnet für uns, damit wir wissen, was die Sache ist. Deswegen tut sich halt der Markt auch sehr schwer. Nichtsdestotrotz, Bitcoin ist halt so. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir hier erstmal höher gehen und im besten Fall über die 69.600 US-Dollar drüber gehen an die 70.000. Und dass wir dann von dort aus erstmal eine kleine Korrektur sehen. Und das hier aber am 1. Mai-Feiertag, dass das hier der Boden gewesen ist, wenn wir hier stark drüber gehen, also Richtung 70.000 US-Dollar. Gehe ich dann davon aus, dass es das gewesen ist, oder die Wahrscheinlichkeiten steigen dann natürlich, wenn wir müssen erstmal hier drüber gehen über die 73.800. Dann sage ich, okay, dann ist es vorbei. Okay, dann war es das, dann sehen wir die 50.000 vorerst nicht mehr. Deswegen sind wir auch hier in Trades eingestiegen. In diesem Bereich, in diesem Bereich haben unsere Position vergrößert. Da gehen wir auch gleich drauf ein, im Copy-Trading. Ja, Bitcoin tut sich halt schwer. Wir können jetzt das Gleiche eventuell sehen wie gestern. Wir gehen runter, wir bilden so etwas wie eine Flagge hier nach oben, brechen aus, machen ein Minimal-Higher-High. Und gleiche könnten wir auch hier sehen. Wir gehen runter, bilden so etwas wie eine Flagge und könnten dann heute Abend oder in der Nacht hier nochmal ein Minimal-Higher-High bilden über die 68.000. Und so könnte sich das ganze Spiel hinziehen bis 70.000. Könnte. Ob der Markt das genauso macht, weiß ich nicht. Aber es ist ein mögliches Szenario. Solange wir hier nicht drunter gehen, für mich sind diese Level relevant. 63.940 US-Dollar bis runter zu 61.766 US-Dollar. Solange das hält, ist es mir eigentlich ziemlich wurscht, wie Bitcoin da hochkommt. Klar, es muss eine Aufwärtsbewegung oder die Trendgebende Bewegung, die muss impulsiv gebildet werden. Und das Problem ist halt, wir hatten hier eine impulsive Bewegung in der ersten Aufwärtsbewegung, wo wir das Hai hier hinten rausgenommen haben. Danach sind wir korrektiv runter. Das passt soweit. Aber jetzt ist das Problem, wir haben halt hier keinen wirklichen Impuls. Deswegen müssen wir immer noch vorsichtig sein. Ja, bei aller Euphorie, wir müssen vorsichtig sein. Da gibt es halt wieder meine Spezies auf YouTube. Habe ich heute auch wieder gesehen, dass teilweise schon wieder die 80.000 safe ausgesprochen wurden, 70.000 safe ausgesprochen wurden. Vorsicht Leute, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es ist nichts safe und auch wenn wir das hier brechen, ist nichts safe, dass wir hier 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 gehen. Deswegen immer vorsichtig sein beim Traden, weil sobald viele sagen, es ist safe, dann wird es genau safe andersrum laufen. So funktionieren halt nun mal die Märkte. Also, aber sagen wir mal, Bitcoin hat uns in der Vergangenheit, in den letzten Monaten oft überrascht. In einer leicht aufwärts korrigierenden Bewegung, dass wir danach den Ausbruch, den Impuls nach oben doch noch gesehen haben, haben wir schon auch hier x-mal auf diesem Kanal zusammen erörtert und zusammen angeschaut. Also gibt nichts Neues bei Bitcoin. Dieses Level Richtung 70.000 sollten wir gehen, dann würde ich sagen, sieht es erstmal gar nicht so verkehrt aus. Bei Ethereum genau das gleiche. Wir haben heute versucht, dieses High hier hinten rauszunehmen. Der Markt hat es nicht gemacht, aber er hat auch kein neues Low gebildet. Bei Ethereum, auch hier, müssen wir über die 3.280 US-Dollar drüber gehen, aber erst einmal hier über die 3.214, diese gelbe Sequenz, finishen. Und am besten, nicht am besten, sondern wir müssen, wir müssen dieses High hier hinten rausnehmen, bei 3.220 US-Dollar müssen wir. Deswegen diese gelbe Sequenz finishen und im besten Fall überschießen, hier drüber gehen, Richtung 3.300 US-Dollar. Bei Ethereum, schauen wir mal, ich glaube am Mittwoch kommt die Entscheidung über Ethereum ETF. Wie gesagt, kann sein, dass wir dann dort nach oben komplett eskalieren, Richtung 4.000, weil das Level hier, diese orange Box, von 3.076 US-Dollar bis runter zu 2.729 US-Dollar, ist übergeordnet, bullische Trendwendebereich, wenn wir uns hier akkumuliert haben, genug Power aufgeladen haben, dann kann es hier halt einfach auch übergeordnet extrem nach oben durcheskalieren. Wissen wir nicht, erst wenn es soweit ist, können wir sagen, es hat dazu gedient. Bis dahin können wir nichts sagen. Ist auf jeden Fall, wir bilden keine übergeordneten Lower Lows mehr. Deswegen hält dieses Level erst mal. Ja, müssen wir schauen, liebe Leute, was uns hier der Markt noch die nächsten Stunden gibt. Aber ich bin erst mal optimistisch, dass wir nach oben gehen. Wie weit es nach oben geht, wird uns dann der Markt sagen und zeigen, worauf er überhaupt Lust hat. Falls er überhaupt Lust hat, schauen wir uns einfach an und fertig. Also, kommen wir jetzt zum Copy Trading. Und zwar geht es hier um diese Einstellung. Ich werde es euch einfach jetzt so erklären. Es geht hier um das Perpetual Trading auf BingX. Ich habe ja schon vor einigen Wochen gesagt, ich werde es wieder vermehrt über Perpetual Trading, weil wir hier meine eigentliche Handelsstrategie besser umsetzen können. Zwar nicht zu 100%, aber kommt schon sehr gut nah ran. Es liegt einfach daran, ich kann über Perpetual Trading, kann ich meine Positionen, aufbauen, Teilprofite rausnehmen. Ja, ihr wisst ja selber, wir hatten bei den Standards, hatten wir teilweise Positionen, die waren 100, 150% im Plus, sind dann wieder runtergerauscht und wir haben Gewinne nicht mitnehmen können, weil einfach da es nicht möglich ist. Ja, auch wenn es jetzt hier wieder etwas schöner aussieht, die letzten 30 Tage beim Standard Futures Trading, aber es ist trotzdem gefällt mir so nicht und es hat auch einfach eine Kopfsache, worauf ich auch hinausgehen wollte. bei Standard Futures, ja, da haben wir in der Regel, ja, ich habe meine Trendwende Bereiche und die trade ich komplett durch nach SK System. So, und dann gibt es halt Leute, die, ihr wisst ja die Geschichte, was da war, dass da Leute sich halt beschwert haben, da haben gesagt, hey, ich habe 50% von meinem Trading Kapital dadurch verloren. Hat natürlich auch mir vieles im Kopf ausgelöst, ich habe viel nachgedacht, viel drüber nachdenken müssen, weil ich will ja nicht, dass meine Community Geld verliert, ich will, dass wir zusammen Geld machen, das ist ja der Sinn und Zweck von dem ganzen Kopitrading hier. Ich will hier nicht, das hier gefällt mir absolut nicht, Kopierer gewinnen, minus 30.000 US-Dollar, das muss sich ändern, wir waren hier schon bei über 20.000 im Gewinn, aber dann kam halt die Euphorie, der Crash und dann hat es halt alle, die neu dazugekommen sind, hat es im Standard Futures halt zerhauen. Es ist halt so, da gibt es nichts zu beschönigen, ich habe hier nichts zu verheimlichen. Wie gesagt, auch wenn es jetzt hier wieder etwas schöner aussieht, aber nichtsdestotrotz, es ist schwierig, auch für mich einfach das umzusetzen, auch gerade wegen der Kopfsache, weil an sich, ja, Stop-Loss gehören für mich dazu. Für mich ist es wirklich schnurzpiepsegal, kassiere ich einen Stop-Loss. Ich habe jetzt in dieser ganzen Phase, wo wir hier waren, habe ich von meinem Trading-Kapital, ja, was ich für Standard Futures vorgesehen habe, habe ich fast 4% verloren, ja, und wenn ich dann höre, dass einige Leute 50%, 60% verloren haben von ihrem Trading-Kapital, dann denke ich mir, Leute, warum hört ihr nicht auf mich? Von Anfang an war von mir klar, kommuniziert, 1% pro Trade zu investieren. Und da ist ja einige Leute nicht hinbekommen, ja, weil es halt einfach die ersten drei Wochen, wir waren bei fast 100% Gewinn in drei Wochen, ja, dann sind halt die Leute euphorisch, überhebeln, stecken zu viel Margin rein, dann kommt so ein Flash-Crash, das müsst ihr einfach in den Kopf behalten. Bei Krypto, allgemein an den Finanzmärkten, kann ein Flash-Crash, oder halt so wie, damals war das da, die Alcoins um 50%, 60% teilweise runtergesackt sind, innerhalb von einem Tag, kann immer, immer, immer wieder passieren. Ja, mir war es dann egal, da waren es glaube ich 20 Stop-Loss am Stück, wo wir kassiert haben, oder 21 oder 22, es ist egal. Ja, in meinem Trading-Portfolio hat es nichts ausgemacht, mir war es wurscht. Nur, ist halt, ich muss halt auch an die Leute denken, wo mich hier kopieren, und wenn es halt die meisten nicht können, dann muss ich halt meinen Trading-Stil, den Kopierer anpassen, deswegen werden wir es vermehrt über Perpetuals traden, einfach weil ich da eine andere Strategie fahren kann, gibt es weniger Stop-Loss, aber es gibt halt dann auch weniger Gewinne. Ist halt so, Standard-Futures werde ich dann nur noch für kurzfristige Timeframes benutzen, so dass wir dann, wenn wir wieder in einem klaren Aufwärts-Trend bei Bitcoin sind, dass wir dann wieder eine Erfolgsquote von 80, 90 Prozent hinbekommen sollten, dass wir das alles wieder aufholen, was wir verloren haben durch den kleinen Crash. Ja, und wie gesagt, dann über Perpetuals gibt es halt längere Swing-Trace in der Regel, die können dann auch schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Wochen gehen, ist dann halt so, aber es gibt weniger Stop-Loss, aber auch dafür die Gewinnmöglichkeit ist halt auch dann weniger. Dann gibt es dann halt keine 4, 500 Prozent Trades mehr, sondern dann gibt es halt 100, 150, 200 Prozent Gewinn-Trades. Aber ist, denke ich, auch nicht so schlecht. Also, der Unterschied jetzt zum Perpetual Trading und Standard Futures Trading ist, wie gesagt, ich kann die Position vergrößern und auch Teilgewinne rausnehmen. Ja, nur wichtig ist es, das ist eigentlich das Hauptaugenmerk von diesem Video, ja, kommt zum Schluss, aber es kommt, wichtig ist, beim Perpetual Trading, kopiert ihr mich nach Prozente. Das heißt, setze ich ein Trade mit 10 Prozent von meinem Trading Kapital, was ich auf Bing X habe, dann benutzt der Computer automatisch auch von euch 10 Prozent. Ja, ich werde keine 10 Prozent benutzen, ja, aber es ist jetzt nur mal, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, ihr kopiert mich bei Perpetual Trading nach Prozente. So, und wenn ihr dann, oder wenn wir einen Trade offen haben, ja, und ihr habt 10 Prozent, wird von eurem Trading Kapital weggenommen, für den Trade, für den Einstieg, alles wunderbar und euch fällt danach ein, hey, ich will nochmal die gleiche Summe auf mein Perpetual Trading Konto überweisen, weil ich will dem Joe oder ich will allgemein mehr Perpetual Trading, dann übernimmt der Computer automatisch von eurem neu überwiesenen Kapital stockt er die laufende Position wieder auf, damit wieder diese 10 Prozent insgesamt voll sind von eurem Trading Kapital. Ja, das heißt dann, ihr habt dann automatisch einen schlechteren Einstiegspreis nach dem Vergrößerung vom Trade. Das macht der Computer automatisch, das kann man nicht verhindern, bis jetzt ist leider so, aber ich muss auch darauf aufmerksam machen. Das heißt, ihr habt ein Konto, 1000 US-Dollar, ihr kopiert meinen Trade mit 10 Prozent, sagen wir mal zum Beispiel, 100 Dollar sind im Trade drin, dann überweist ihr noch einmal 1000 US-Dollar in den Copy Trading Account, so und da jetzt 2000 US-Dollar im Copy Trading Account sind oder im Perpetual Account drin sind und der Computer aber die 10 Prozent voll machen muss, weil ihr pro Trade mich mit 10 Prozent kopiert, weil ich auch 10 Prozent, ja fiktive 10 Prozent im Trade bin, dann stockt er automatisch auf. Das heißt dann, ihr habt dann anstatt 100 US-Dollar im Trade, habt ihr dann 200 US-Dollar, aber er stockt dann zu dem Preis auf, wo der Markt sich gerade befindet. Das heißt, wenn der Markt gestiegen ist, seit eurem ersten Eintritt, dann wird ihr die Marge draufsetzen und euer Einstiegspreis verschiebt sich nach oben. Schauen wir das mal zum Beispiel an jetzt, gerade hier bei Bitcoin. Das heißt, wenn wir hier bei 61.000 eingestiegen sind und der Markt geht hier hoch Richtung, was haben wir da, eine schöne Summe, 65.000, ja, so und bei 65.000 fällt euch ein, hey, ich will ja noch mehr Kapital in mein Trading Konto rein überweisen, dann macht ihr hier 1000 US-Dollar drauf und der Markt, der Computer, der nimmt sich dann und stockt eure laufende Position auf, aber mit diesem Einstiegspreis bei 65.000. Das heißt, 61.000 und 65.000 ist dazwischen 4.000, sprich, die Hälfte von den 4.000 sind 2.000. Also habt ihr dann einen Einstiegspreis nicht mehr von 61.000, sondern von 63.000, ja genau die Mitte von diesem Bereich hier. Also 65 sind hier oben. So, dann habt ihr genau einen Einstiegspreis hier in der Mitte und somit einen schlechteren insgesamt Einstiegspreis. An meinem Trading ändert sich dann nichts. Wenn ich dann aber hier Profite rausnehme, zum Beispiel der Markt kommt zurück, sagen wir mal, ja, der kommt zurück und fällt auf 62.500, dann schließe ich meine Position, wo ich bei 61.000 eröffnet habe, schließe ich im Gewinn und ihr schließt sie aber im Verlust, nur weil ihr euer Trading Konto aufgestockt habt mit frischem US-DT. Okay, deswegen, da müsst ihr mir aufpassen, Leute. Das heißt, wenn ihr Geld überweist, im besten Falle nur dann auf euer Perpetual-Konto überweisen, wenn ihr keine laufenden Trades habt, zumindest nicht im Copy Trading. Das ist ganz wichtig und das ist auch die Kernaussage von diesem Video. Aber es ist alles in der Telegram-Gruppe beschrieben, in der öffentlichen Telegram-Gruppe. Link ist unter diesem Video. Könnt ihr gerne joinen, daher hat der Stefan, mein Bing-Ex-Kontakt, hat es wunderbar erklärt. Da können wir es drauf einstellen und auch wenn Fragen sind, einfach raus damit. Wie gesagt, super Kontaktmann bei Bing-Ex, geht auf alle Fragen ein und erklärt auch alles. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, sieht alles gar nicht so schlecht aus hier bei Bitcoin. Und auch im Copy Trading wird es wieder Zeiten geben, wo wir 80, 90% Trefferquote haben. ist halt so eine Korrektur, hat halt vieles topless mit sich. Es geht nicht anders mit diesem Trading-Stil. Aber auch ich habe natürlich Fehler gemacht. Auch ich hätte sagen können, hey komm, mach mal ein bisschen Piano. Mein Trading-Stil behalte ich bei Bitget. Buy, ich trade ja weiterhin. Bitget, mein Hauptaccount. Aber ich muss mich halt auch umstellen, dass ich weiß, hey, ich habe hinter mir über 2000 Leute, die vertrauen mir. Also muss ich auch selber erst lernen, differenzieren. Mein Konto, wo mir egal sind, auch wenn ich 50 Stop-Loss hintereinander kassiere, es ist mir egal, es ist mir wurscht, weil es einfach nur ein paar Prozent von meinem Trading-Account ausmacht. Aber bei den anderen Leuten ist es halt nicht so und das ist auch für mich eine Kopfsache, eine Umstellung und deswegen muss ich da auch reflektieren. Gibt es auch weniger Feedback von mir, gibt es auch weniger Beiträge von mir auf Telegram oder öffentlich oder meinen Social-Media-Account. Von daher müssen wir alle zusammen lernen. Ich versuche mich zu bessern, dass ich auch auf die Bedürfnisse der Kopie reingehen kann und versuche, das alles unter einen Hut zu bringen. Und in dem Sinn würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dich interessiert hat, was ich hier gelabert habe, wenn du sagst, hey, was der sagt, macht Sinn, würde ich mich freuen, wenn du hier diesen Kanal abonnierst. Mich unterstützt hier mit einem Kommentar, mit einem Like. Natürlich würde mich und dieser Kanal und die Community vor allem sehr unterstützen, dass wir wachsen, dass wir von YouTube mehr Gehör finden. Und ich würde sagen, das war's dann. Ich wünsche euch noch einen restlichen, schönen Pfingstmontag, einen schönen Abend. Wir sehen uns dann zum nächsten Update-Video. Euer Joe. Macht es gut und tschau, tschau, Leute.